SWR 2 – Zeitwort Am 25. März 1996 wurde Jan-Philipp Reemzma vor seinem Haus in Hamburg-Blankenese überfallen. Zwei maskierte Männer schlugen den 43-Jährigen nieder und zerrten ihn in ein Auto. Vor der Tür hinterließen sie einen Erpresserbrief, beschwert mit einer Handgranate. Wir haben Herrn Reemzma entführt. Wir fordern ein Lösegeld von 20 Millionen D-Mark. Nur gebrauchte Tausender. Keine Serien. Diesen Brief fand Reemzmas Ehefrau noch in derselben Nacht. Derweil wurde ihr Mann in der Nähe von Bremen in einen Keller gesperrt. 33 Tage musste er im Keller bleiben, da einige Geldübergaben scheiterten. Ein Nervenkrieg für alle Beteiligten. Über seine Gefangenschaft schrieb Jan-Philipp Reemzma später ein Buch mit dem kurzen Titel »Im Keller«. Es ist die Geschichte eines verzweifelten Menschen, der aus allen Zusammenhängen gerissen wird, dem die Fähigkeit zur intellektuellen Einordnung der Geschehnisse aber auch sehr hilft. So schildert er nicht nur den Alltag im Keller, sondern denkt auch nach über Ich- und Zeitgefühl, über Gewalt, Trauma und Isolationshaft. Außerdem vergleicht er verschiedene Entführungsfälle verbrechensstilistisch miteinander und entfaltet Überlegungen zur Weltliteratur. Ich wollte meine Gedanken und Eindrücke ordnen, denn wenn Sie so etwas erleben, ist das Erste, was Sie in Ihrem eigenen Kopf vorfinden, Chaos. Und das Chaos wollte ich ordnen und das ordnet man nach Zeit und Raum zunächst. Also ich habe den Raum beschrieben, ich habe versucht, retrospektiv eine Art Tagebuch anzulegen, was an jedem Tag passiert. Und dazu war es nötig, nicht wieder in die unmittelbaren Gefühle einzutauchen, die das damals begleitet haben, sondern Distanz zu schaffen. Sagte er 2013 in einem Gespräch mit dem Norddeutschen Rundfunk. Zu weinen verbot er sich im Keller, notiert er in seinem Buch. Auch als die ersten Geldübergaben scheiterten und das Lösegeld auf 30 Millionen Mark erhöht wurde. Kontenanzwaren, das versuchte man auch zu Hause in Hamburg-Blankenese, erzählt Johann Scherer, Rehmzmars Sohn. Er war damals 13 Jahre alt und hat seine Erfahrungen 2018 ebenfalls in einem Buch veröffentlicht. Genau 20 Jahre nach seinem Vater. Noch am Donnerstag hatte meine Mutter unserer Haushälterin Frau Gutke etwas eingebläut. Frau Gutke war das erste Mal seit knapp drei Wochen wieder zu uns gekommen und hatte sofort angefangen zu weinen. Meine Mutter hatte ihr gefasst, ernst und eindringlich erklärt, Frau Gutke, hier wird nicht geweint. Wir müssen das durchstehen. Weinen hilft nicht. Ihnen nicht und mir nicht. Wir sind dann wohl die Angehörigen, heißt Johann Scherers Buch. Darin erzählt er, was außerhalb des Kellers geschah. Von den Ermittlungen der Polizei und der Angst um den Vater. Für die Täter, die schließlich gefasst wurden, interessieren sich übrigens weder Vater noch Sohn besonders. Und auch nicht für das immense Lösegeld, das bis heute verschwunden ist. Trotz des tiefen Familientraumas warrt man Haltung. Allerdings musste die Familie für viele Jahre Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Mein Leben hat sich insofern verändert, als ich, was ich eben vorher nicht hatte, gibt es Personenschutz für mich und meine Familie. Das ist die gravierende Änderung. Ansonsten ist es natürlich, dass ich einiges genauer weiß über den Ablauf solcher Gewalttätigkeiten, wie man das erlebt und erfährt. Aber im Grunde auch nicht so, dass ich dort etwas erlebt hätte, was ich nicht eigentlich schon gewusst habe. Nur ist es immer ein Unterschied, ob man etwas intellektuell weiß oder erlebt.